...gegen mich erkenne, wenn das Ding läuft. Und immer wieder erstaunt bin, dass sich da was außer mir bewegt. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Aber ich bin doch sehr, jetzt überfordert auf der einen Seite, aber sehr angetan. Das sieht alles sehr, sehr schön aus. Das sind unglaublich viele Informationen. Ich sehe das jetzt erst beim Lesen, fällt einem das gar nicht so oft wieder, wie viele Fäden da gezogen werden müssen, von links und rechts, bis da die Geschichte wirklich in Gang kommt. Aber es ist ja auch schön, auf dieser großen Leinwand zu sehen. Ja, das macht was her. Das macht wirklich was her. Das ist ein großes Kilo und ich bin ein bisschen stolz, ja. Das freut uns. Ich habe ja nicht besonders so ein paar Schlüsselsätze beeindruckt. Der eine entstand natürlich von Gerlinde Locker. Das ist einiteses, ein großes Kilo und einiges Bedeutungsland. Untertitelung des ZDF, 2020